Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bleibt dabei. Im Hin und Her um die Stiftung, die die Fertigstellung von Nord Stream 2 ermöglichen sollte, will sie von wesentlichen Vorgängen nichts gewusst haben. Zum Beispiel von der Finanzbeamtin, die Steuerunterlagen der Stiftung verbrannt hat. Das sagte die SPD-Politikerin am Abend bei ARD und ZDF. Als Ministerpräsidentin habe sie sich in steuerliche und staatsanwaltschaftliche Dinge nicht einmischen dürfen. Im Raum steht außerdem die Frage, ob es in Zusammenhang mit einer 20-Millionen-Spende aus Russland geheime Absprachen zwischen Schwesig und dem Putin-Freund und Nord Stream 2-Chef Matthias Warnig gegeben hat. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr weltabonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Dann könnt ihr euch anschauen. Ja, ihr wisst euch jetzt. Ja, ihr wisst euch, wenn ihr euch seitdem. Und die Zeit ist, dann geht's.